Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen im Bombenkrater. Gemeinsam mit dir heute wieder der Pulsar 83. Ja, und der Free Spirit 77. Und unsere Mitspieler auf dem Community-Server, die scheinbar, naja, ihr seht selbst. Was hältst du von unserem neuen Keller? Ja, der ist schön ausgebaut, ne? Sehr luftig. Das Problem ist, du hast recht, wir haben keinen Schlafsack. Ja. Warte mal, aber mir zeigt ein Bett an. Ich versuch mal, sind das tatsächlich Minen oder Radkappen? Ne, pass auf, das sind Minen. Das sind Minen. Naja. Aber hier, pass auf, hier liegen überall Minen. Ja. Okay, wir versuchen mal da irgendwie rauszukommen. Wenn's Boom macht, wissen wir Bescheid. Aha. Wie war das nochmal? Wer kriegt was? Je nachdem. Du kriegst von mir, du, äh, die Batterie, die hab ich jetzt aber leider nicht mehr bei. Wir haben gar nichts mehr. Die haben uns beinhart, aber die komplette Hütte weggesprengt. Du, ich weiß gar nicht mehr, wie die Hütte aussah, muss ich dir jetzt mal sagen. Ähm. Was war denn das für... Ich weiß, was auf alle Fälle sicherer wär. Ja. Wir craften uns jetzt sofort mal, äh, neue Schlafsäcke. Ach Mensch, genau, jetzt, jetzt erinnere ich mich, genau, ja, 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 okay, hm? Das machen wir. Meinst du, die sind hier irgendwo um der Ecke noch? Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Das... Die haben unsere Hütte gesprengt. Aber ordentlich. Boah, aber das find ich fies. Wir haben sie ja nur beklaut. Aber, so, mein Bett liegt. Wir haben sie ja wenigstens nur beklaut, aber dass sie uns tatsächlich die komplette Hütte unterm Arsch wegsprengen, das nenne ich Hardcore. Ja, die machen wir fertig. Jetzt, jetzt, jetzt ist Krieg, du. Siehst du, jetzt verschwindet da einer gleich aus dem Game, ne? Ipico Heißlepp, ah ja, stimmt. Ach, den kriegen wir schon noch. Ja. Wo standen denn ursprünglich, ich versuche mal da rundum zu laufen. Aber ich nehm mal an, dass unsere Minibikes auch nicht mehr wirklich... Oh, die stehen da hinten. Pass aber auf mit mir, du. Ich traue den beiden jetzt nicht so. Ich find sie alle. Guck mal. Haben wir die Fässer da so hingestellt? Nee, ne? Ich glaub nicht. Wir haben aber auch keine Box da hergestellt und kein... Nee. So. Fünfmal menschliche Scheiße. Can of Chili haben sie uns da gelassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Steine. Ei. Nett. Was ist in deinem Minibike drinnen? Auch scheiße. Ein paar Steine, Sandwich. Minibike-Buch. Das Minibike, lern das, lern das. Und was ist denn... Ich möchte gar nicht in die Chest reinsehen. Da ist ein Forge drin. Echt? Und Katzenfutter für dich. Also die haben extra für dich Katzenfutter besorgt. Die haben extra für mich Katzenfutter besorgt. Jo, na gut. Aber wie effizient sie unser Haus abgetragen haben. Ja, da hatten sie Spaß dran, glaube ich. So, und wir haben jetzt einen Schlafsack... Hast du jetzt deinen Schlafsack auch gesetzt? Nein, ich hab ihn jetzt aber gebaut. Okay, ich setze ihn sicher jetzt halber. Ich will jetzt wissen, ob das nur Radkarten waren oder ob sie tatsächlich Miner... Äh, du, da... Nimm die Ranch. Nimm die Ranch und baue die Dinger ab. Geht das? Ja, klar. Entschuldigung. Oh, ich hab keine Ranch. Warte, ich mach dort. Oder willst du die Ranch schaffen? Ja, das ist tatsächlich eine Mine. Ja. Ich lebe aber noch. Ich lebe noch. Ich hab da nur mehr elf Körperpunkte, aber ich hab die Mine überlebt. Die haben hier überall Minen hingepackt. Guck mal, da hinten liegt auch noch mal eine Mine. Die kann man wegbranchen. Ja. Nein. Du warst jetzt schön im Bild, Herr Kollege. Okay. Doch, man kann die wegbranchen. Warum ist die jetzt wieder explodiert? Der Scheinbar kann man die nicht wegbranchen. Ja, das hab ich doch... Die Ranch nicht weg. Das hab ich doch hier bei der... Doch, das hab ich schon gemacht. Warte mal. Nochmal. 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 Aber sammeln lieber vorher deinen Ruck. Aber unser Keller wird immer größer. Wir können da dann doch irgendwie... Unser neues Haus da entstehen lassen. Warte mal. Ich hab das doch in der einen Folge bei mir schon gemacht. Da hab ich da auch diese... Aber das waren die Radkappen. Ja, das sind doch auch die Radkappen da. Ne, hier liegen auch diese Lüfterminen. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Komm mal da rüber. Jetzt geradeaus. Da jetzt hoch. Und jetzt lauf da entlang Richtung... Ich glaub nicht... Ne, Richtung Südwestwest. Ne, anderes Südwest. Da lang, oder wie? Ähm, dort in die Richtung, wo ich hinsehe. Ich würde ja gerne mit einem Pfeil draufschießen. Aber das... Komm mal hoch zu mir. Okay. Oder ja, ja, ja. Ja, 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 da. Stopp. Genau da. Boom. Okay. Haben die das wieder geändert? Sag mal. Weil ich weiß doch, dass ich eine Folge hab. Da hab ich doch zwei Radkappen abgebaut. Hm. Aber. Okay. So, schau mal auf den Kalender. Tag 34. Nein. Jo. Okay. Ja, für die Zuseher daheim. Es war meine Schuld. Ich war jetzt ein paar Tage ziemlich K.O. und krank. Und, ja. Die nordöstliche Situation hat mir sehr viel Zeit zu spielen. Guck mal, hier haben sie auch eine Minen hingepackt. Ja, das sind nämlich die hinterhältigen Minen. Kann man die wegranchen? Soll ich jetzt wieder ranchen, meinst du? Dann bin ich mal dran. Okay. Ich hab nur 41 Körper. Aber ich weiß nicht, warum man die nicht mehr... Ich weiß doch, dass ich das gemacht hab. Oder muss ich die andere Maus... Nö. Ist ja nur die Maus. Warte mal, ich muss das nochmal ausprobieren. Ich weiß doch, dass ich das gemacht hab. Sag mal. Ja, der zwischen die Kollegen im Baum da weg. Mach das mal. Guck mal, hier ist einer. Jetzt mal nicht. Boom. Wer? Nee, ich mach das mit der rechten Maustasche. Warum geht denn das nicht? Ich kann nicht nach Erfolg. Nein. Okay. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das in der Alpha 15 war, wo ich das noch gemacht hab. Ich muss das echt mal nachher gucken. So. Naja, gut. Dass wir das mit der 15.1 schon wieder geändert haben? Keine Ahnung. So. Okay. Lass uns weitermachen. Lass uns weitermachen. Was machen wir weiter? Wir brauchen eine Base. Oder zumindest irgendetwas, wo wir eine Forge hinstellen können. War nicht in der Stadt. Lass uns doch mit dem Minibike nochmal durch die Stadt fahren. Haben die überhaupt noch Sprit? Naja. Wir haben kein Sprit mehr, ne? Nee, Minibikes kann man nicht absaugen. Also da ist noch 38% Sprit. In dem. Achso, warte mal. Ich brauch meinen Rucksack. Mensch, jetzt reine ich hier ohne Rucksack. Hol den Rucksack. Ja, stimmt. Und da sind noch 51 Sprit. Sprit dritt. Okay. Na, dann haben wir ja ein bisschen was. Ja, dann lass uns mit dem Minibike noch eine Runde fahren. Da können wir, glaube ich, eh nicht bleiben. Nee, hier wissen sie auf jeden Fall Bescheid. Aber die haben uns richtig verfolgt, ne? Die haben uns richtig verfolgt, ja. Ah, im Kämpfeier haben sie uns einen Top drüber gelassen. Vielen Dank dafür. Ja, sie haben uns aber doch in der Kiste auch ein paar Kleinigkeiten dagelassen. Also Bier und Vantage und Wasser und einen Splint. Und einen Schlafsack jeden für uns. So, ich hab mal die Forge eingepackt. Hm. Oder wir lassen die Bikes da stehen und suchen uns zu Fuß irgendwie. Ach, guck mal, kann das sein, dass für dich das Katzenfutter war und für mich das Hundefutter? Das ist durchaus möglich. Ja, ich hab das Katzenfutter genommen. Okay. Na gut. Wenigstens haben wir nette, bösartige Nachbarn. Ja. Okay, dann. Dabei sind wir so weit weg von denen. Naja, gut. Ja. Ja, wir sind weit gefahren, ne? Aber nicht weit genug. Naja, gut. Ja, aber. Naja, gut. Ich weiß nicht. Wenn du hier anders gefahren... Naja. Ich würde sagen, lassen wir die Bikes da einfach mal stehen und suchen uns mal... Wir müssen halt irgendwo was halbwegs Stabiles finden. Ja. Wahrscheinlich haben sie die ganze Stadt netterweise gelootet. Oh, das wäre fies. Dann, 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 dann... Müssen wir uns was überlegen. Ja. So, ich hab die Stadt doch mit mehr Häusern in Erinnerung. Die bräuchten irgendeinen... War da nicht... War da nicht auch irgendeine... Ne, die Raketenbasis war woanders, gell? Ja, die war woanders. Ach, verdammt. Die war ja, glaube ich, da in der Stadt, wo du... Genau bei denen, oder? Da, ne, ja, ne, stimmt. Okay, bei mir poppt er gerade das Krematorium auf. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo ich bleiben will. Nö. Ah, da braucht man nicht. Schau mal, wir könnten da hinten... Am Dach von einem dieser Shops... Oder wollen wir das Gefängnis? War das Gefängnis in der Stadt. Irgendwie hat das was Großes... Das Mächtige war doch hier. Links von uns. Links von uns. Okay, geh du vor. Okay. Diesmal folge ich. Warum kann ich nicht mehr rennen? Ach so, keine Ausdauer mehr. Ah. Wellen ist schon wieder nur noch bei 70. Super. Ja, wir sind ziemlich hier schwachmaten. Aber das macht nichts. Wir sind Profis. Genau. So, ich geh jetzt aber auf Nahkampf. Hm. Wow. Oh. Und ich werde uns auf alle Fälle, wenn wir dann die Forge haben, Spiked Clubs basteln. Okay. Ich glaube, hier im Gefängnis sind wir auch hordensicher, wa? Ich hoffe es. Ich hoffe es. So, bist du schon vor? Ja, ich bin jetzt, such gerade den Eingang. Und da haben wir Jim's Cars. Da sollten wir Benzin auch bekommen, theoretisch. Ja, du, wir bauen uns mit, mit, äh, klopf kein Loch rein. Wir, wir bauen uns mit Woodframes hoch. Okay. Habe ich nicht. Dann komme ich mal zu dir. Du bist ja auf der anderen Seite gerade. Ja, ja, ich bin dort. Oh, Shotgun ist er erst. Ja, Gefängnis ist ein guter Platz. Ich versuche mal den dicken... Ah, verdammt. Ich brauche erst die Hilfe. Ja, ich brauche Hilfe. Okay, ich bin gleich wieder bei dir. Okay. Bis gleich. Oh Mann. Ein Rucksackling übrigens 5000 Wood. Jetzt geht der nicht tot? Der geht nicht tot! Jetzt endlich. Mann, Mann, Mann. Ach, komm schon. Generating Distant Terror. Stauert ja ewig. Spawn nie mehr bei. Ich habe ja kein Bett mehr. Wobei, on my bed wäre, glaube ich, sicher, oder? Doch, ein Bett. Müsstest du doch noch haben, oder? Ja, ja, Bett habe ich. Heardrop! Oh, viel zu weit weg. Ich sehe nicht. Siehst du ihn? Äh, Richtung Osten. Aber ziemlich weit weg. Ah, ja. Ja, ich sage mal, wir haben, wir haben das nötige Zeug, um zu überlegen. Dann reißen wir uns halt selber irgendwie. Genau. Ich bin jetzt mal im Gefängnis. Habe mich schon hochgebaut, ja? Okay. Okay, das ist zwar nicht mein Rucksack, aber was haben wir da drin? Nichts Sinnvolles. Nö. Nö. Ach, schön. Und ich bin wieder unten auf 70. Die haben uns die ganzen guten Needs-Tibos und alles weggenommen. Alles Mögliche haben sie uns weggenommen. Die haben uns ja nur die Forge im Grunde genommen dagelassen, ne? Unsere Forge, wo wir schon alles drin hatten oder sowas haben sie ja kaputtgespringt. Ja, stimmt, da war immens viel Eisen drinnen. Naja. Wobei, eines muss man sagen, wir haben nicht randaliert in der nordöstlichen Siedlung. Oder, nee, die Forge, die hatten wir doch bei der anderen Basis da, ne? Nee, haben wir nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Nicht obwohl, ich denke schon, wir haben gleich eine Forge gestellt. Ja, ne? Ja, wir wollten uns ja gleich vernünftiges Werkzeug basteln. Ich bin der Joe Cocker an Speed und ich habe keine Kondition. Ach, verdammt. Ich will doch nur meinen Rucksack. Aua! Ja, richtig geil, das war mein letzter Pfeil. Achso, ja, weil der Rest im Rucksack ist. Ich bin ein Depp. Ich komme zu dir. Nee, nee. Alles im Griff. Alles im Griff. Ich behaupte ich mal. Wenn ich jetzt noch den Aufgang, ah, da oben ist er ja. Wenn ich jetzt noch den Aufgang finde, dann... So, Munition sparen. Wie viel habe ich? 179, 109. Ach, du gehst mit der Keule. Immer auf den Kopf. Hast du durch Zufall was zu trinken bei? Ich glaube, Moment. Versucht den Kollegen da jetzt noch mal irgendwie wegzuknüppeln. Sechs Bottled Water und... Okay, meine Bier. Ja, Bier ist... Aber das bringt, glaube ich. Nee, nee, das bringt mich. Vater, mach ich mal stehen, dann komme ich zu dir. Ja, ich versuche nur die... Die Lady da versucht zu... Aber ich bin infiziert. Äh, pass auf hinter dir! Den habe ich nicht gesehen. Mann, 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 Mann. Also aufräumen hätten sie aber hier ruhig schon mal machen können. Ach, hinter dir? Ja. Aber ich muss, ich muss, ich muss nachladen. Und wie ich effizient dran vorbeischließe. So, komm mal auf die Straße zurück. Ja. Bin auf den Weg. Okay. Hui. Okay, kannst du mir noch das Wasser geben, sonst verdurscht... Ich hab doch selber Wasser, Mann, ich seh das nicht. Alles gut, ich hab Wasser. Okay, na, dann. Ich war blind. Ich hör noch Schimmelfreunde irgendwo. Sie sind aber nicht. Na gut, lass uns mal... ins Gefängnis gehen. Dort, dort wie hingehören. Nee, die nordöstliche Siedlung gehört da hin. Nicht auf jeden Fall die... Die werden wir hier noch einsperren. Ähm, du, warte mal, ähm, können wir mal kurz dann Pause machen, weil irgendwo ist gerade ein Rettungsdienst bei mir in der Familie und da muss ich mal kurz hin, ja. Ach so, ja, okay, in der 17 Minuten, ich würde sagen, mach mal nen Cut, oder? Ja, machen wir mal kurz nen Rad, ja. Na dann. Bis gleich. Bis gleich, ciao. 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 Entschuldigung.